Liebe Zuschauer und Freunde des Kanals! Ich möchte eine wichtige Information mit Ihnen teilen, derzeit sind nur 1,4% unseres Publikums Abonnenten, während 98,6% unserer Zuschauer noch nicht abonniert haben. Obwohl dieses Projekt uns eine immense persönliche Zufriedenheit bringt, ist unser Ziel, die Monetarisierung des Kanals zu erreichen, was entscheidend für die Fortführung und den Ausbau unserer Arbeit ist. Ohne eine tragfähige finanzielle Struktur besteht eine reale Möglichkeit, dass das Projekt eingestellt wird. Ihr Abonnement ist von großer Bedeutung, damit wir die Marke von 1.000 Abonnenten überschreiten können, eine unverzichtbare Voraussetzung für die Aktivierung der Monetarisierung des Kanals. Wir danken jedem von Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bitten Sie, eine Anmeldung in Erwägung zu ziehen. Mit Ihrer Unterstützung werden wir weiter wachsen und qualitativ hochwertige Inhalte für alle anbieten.